Okay. Wo? Wo? Haben wir Probleme? Ich sehe überhaupt nichts. Ah, okay, okay, okay. Mal wieder kleine Orientierungsprobleme. Okay. Wollen wir das denn wirklich? Gab es einen Kontrollpunkt? Ich weiß. Ich weiß nicht. Man mag mich für einen Schisser halten. Ja. Mann, ich bin einer. Ich gebe es zu. Ja. Geht es Ihnen nicht gut? Alles Beste. Ich bin nur ein Schisser. So. Ich bin einfach nur ein Schisser und dieses Spiel, ich bewundere die Leute, die sowas auf normal oder schwer spielen können. Ich kriege es nicht hin. So. So. Jetzt bin ich auch bereit, hindurch zu gehen. Okay, okay. Ich bin nicht so weit. Das ist ein ellenlanger. Natürlich. Natürlich. Bereite dich fürs Rennen vor. Bereite dich fürs Rennen vor. Nimmst du bitte deine Waffe in die Hand? Okay. Was? Nein, 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 nein. Schauberer Schnitt, gerade durch. Dafür hat der Onkel Doktor kein Heilmittel mehr. Die makellose Haut ablösen. Gedanken des Geistes. Oh, oh. Rufig. Hier muss ich... Ja, ich komme. Ich muss erst mal gucken, ob es hier was für mich gibt. Nichts, doch. Okay. Okay. Ich komme sofort, Rufig. Kann ich mich kaputt machen? Ich brauche ihn auch. Hier gibt es keinen Saft, gar nichts. Kann ich hier irgendwas öffnen? Nein. Okay. Ich kenne. Kontrollpunkt. Okay. Okay. Was ist das? Warum laufe ich diesen Blutblättchen hinterher? Was? 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 Ich will hier raus. Kann ich hier raus? Nein. What the fuck? Was? Oh. Woow, 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 woow. Woow, 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 woow. Ich kann hier lang. Ich kann hier lang. und dann mache ich das auch. Lass mich hier raus. Okay. Kontrollpunkt. Was? Okay. Was? Was? Junge, geh mal bitte du dich. Äh, okay. Was bist du? Ups. Okay. Nein, au. Ich beeile mich nicht. Au. Nein, was war das? Das ist ja total fies. Okay. So, okay. Wir gehen weiter. Ja, ja. Das ist okay. Das darf so. Wie gehen wir am besten lang? Geh bitte in Deckung. So, wir gehen jetzt mal hier lang. Nehmen wir mit. Okay, dann gehen wir hier rüber. Nehmen wir mit. Dann gehen wir hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Okay. Nicht, nicht so. Lauf doch bitte. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ich will, nimmst du, nimmst du, Kontrollpunkt, bitte eine Waffe in die Hand. Nimmst du bitte eine Waffe in die Hand? Oh, Mann. Okay. Okay. Das, ähm, ist vielleicht Munitionsverschwendung. Ich... Okay. Das ist wahrscheinlich Munitionsverschwendung. Okay. Äh, was für ein Albtraum befinden wir uns? Da ist Saft. Oh, nein. Da ist kein Saft. Was willst du? Oh. Shit. Guck dich um, Mädel. Äh. Ich hab nicht aufgepasst. Okay. Okay. Ach. 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 Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Wer hat denn hier Zeit, noch irgendwas zu machen? Nein, bitte nicht. Zeig es mir nicht. Lass mich einfach doch bitte hier raus. Das nimm ich mit. Das nimm ich mit. Okay. Da komm ich nicht durch. Da ist auch kein Schloss. Okay. Ich muss hier irgendwie durch. Wieso willst du deine Schwester? Ich hab doch deiner Schwester echt nichts getan. Glaub mir. Ich will hier raus. Nein, 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 nein. Den nimm ich aber mit. Das schwör ich dir. Okay. Wie komm ich hier raus? Wie komm ich hier bitte raus? Geduckt. Das wird nix. Das wird nix. Okay, schön langsam. Schön langsam. Schande. Okay, wir rennen hier weiter. Wir rennen hier weiter. Weiter. Weiter, 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 weiter. Bitte. Ich hab gar nichts gemacht. Ich bin hier nur in so einem Psycho-Horror-Kontrollpunkt. Okay, hier sind die Sonnenblumen. Bin ich panisch? Wie immer? Nein. Ich bin so cool und relaxed. Okay. Verdammt. Was ist das? Oh. Cool. Okay. Könnte bitte ein Kontrollpunkt kommen? Könntest du bitte deine Waffe in die Hand nehmen? Können wir die nochmal nachladen? Okay. Okay. Das war nur eine Sackgasse hier. Oh, Sonne. Warum wurde ich hierher geführt? Tja, das ist die große Frage. Okay. Auf jeden Fall nehmen wir unsere Waffe in die Hand. Achso, das ist unser Geräusch, weil wir hier durchrennen. Okay. Was? Das nehmen wir mit. Okay. Ich geh erstmal außen wieder alles absuchen. Genau. Wie schaut's denn aus? Können wir dich denn nochmal nachladen? Nein, wie bist du voll? Okay. Das ist schön. Ganz ehrlich, das tut mal gut. Einfach mal hier draußen zu sein. Man ist jetzt nicht unbedingt sicherer in dieser Welt, aber es ist schön. Und es sieht gut aus, jetzt ehrlich. Das ist eigentlich wie so ein kleiner Urlaubstag, ne? So mit der Sonne, wie gefällt's? Mir gefällt's. Okay. Nehmen. Auf jeden Fall. Haben wir hier... Was ist da? Achso. Cool. Das lohnt sich hier. Ich bin so froh, dass es mal wieder Munition gibt. Und dann denke ich mal, werden wir dieses Törchen öffnen. Ich hasse immer diese Nebengeräusche. Okay, wir machen die Tür auf. Ich weiß, dass du da bist. Ich hör dich atmen. Ich hör dich atmen. Reiche Dreckskerle. Glauben, sie können unser ganzes Land aufkaufen? Den werden wir zeigen, wem das Land wirklich gehört. Okay. Hey, ich glaub, da sind Kinder drin. Ich hab nichts gehört. Äh, ja, was zur... Was zur... Was? Ist da jemand? Öffnet die Tür! Ruben! Ruben! Bitte! Du musst klettern! Scheiße! Ich sollte hier schnell raus. Ja? Da! Da! Okay. Ähm, ich hab nur gesehen, hier. Da können wir was machen. Können wir was machen. Da. Okay. Dann gehen wir jetzt hier rauf. Bringt das was? Und... Ich hab keine Ahnung. Okay. Dann... Äh, sehr schlau. Ähm. Jo. Was für eine geile Idee war das denn? Okay. Kann... Kommst du da auch wieder runter? Ach, äh... Ich komm da oben gar nicht hin. Ähm... Ja. Nicht schlecht. Okay. Wir machen das nochmal. Tolles Spiel. Okay. Kann ich hier was mitmachen? Ah. Okay. Jetzt gehen wir hier hin. Dann nehmen wir uns die Waffe. Und... Super. Äh... Hier oben ist sonst nix. Okay, raus hier. Ah, was? Wo, 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 wo. Ja, kannst du dich mal bewegen? Ich weiß ja nicht, was ich hier machen soll. Ich weiß nur, hier ist Muni. Die nehmen wir schon mal. Äh, was soll ich denn hier machen? Das ist nochmal Muni. Die möchte ich gerne haben. Ja, ich bin gleich tot. Was ist hier zu machen? Leertaste nehmen. Da war Munition. Die hole ich mir jetzt. Okay. Okay. Ach. Ach. Komm schon. Okay. Ah, Mann. Was soll das werden? Was soll das werden? Was soll das werden? Das ist auf jeden Fall nix. Ach, Mann. Ich werd katanisch. Okay. Weg, 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 weg. Okay. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Gibt's hier eine Möglichkeit raus? Gibt's hier eine Möglichkeit raus? Ah, fuck. Flamme. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mach doch irgendwas. Okay. 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 Ich hab echt keine Ahnung. Ach, verdammt. Wo ist er denn? Weg, 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 weg. Los, weg. Weg, 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 weg. Oh, Mann. Oh, Mann. Ah. Das nicht. Warum? Bin ich tot? Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe nur noch, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie viel ich hatte. Ich habe meine ganze Muni... Ich kann mich nicht drehen. Ich kann nur gerade auslaufen. Ich habe meine ganze Muni verballert. Du musst was essen, sonst wirst du zu schwach. Meine Kinder, ich will... Beatrice, wir haben das doch besprochen. Manchmal höre ich sein... Ich war zu lang... Ich war zu schnell? Manchmal höre ich was? Manchmal höre ich was? Ich war zu schnell, glaube ich, gerade. Wo durchzwingen? Da durchzwingen. Okay. Ich muss erst mal gucken. Es ist hier gar nichts, gar nichts, gar nichts. Da ist eine Tür. Ich versuche erst mal die Tür. Natürlich. Okay. Dann zwänge ich mich mal hier durch. Natürlich. Oh. Kapitel 9 überlebt. Spiel speichern. Okay. Ich habe es nicht verstanden. Eigentlich, wie speichere ich eigentlich das Spiel... Neu. Ich will nicht immer... Eingelhaber. Ich will nicht eigentlich immer überschreiben. Aber irgendwie... Keine Ahnung. Nächstes Kapitel. Aber ich muss stehen. 首先, ich bin 60 Jahre alt. Also, wenn ich Leute erst malen um... Na ja, enfadination hat in鼓uk... Ich bin ein bisschen wie imeken. Ich will nicht.